Das C-Hotel Neve-Ilan liegt in Neve-Ilan in Israel. Das C-Hotel Neve-Ilan ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Sechs Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur sechs Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,4 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,3 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,1 Sonnen von 5,1 Sonnen widerspiegelt. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Service. 4,5 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.